Ich bin gut, ich bin richtig gut. Keine Frage, ob ich der Aufgabe gewachsen bin. Selbstverständlich bin ich dieser Aufgabe gewachsen, weil ich es einfach kann. Und das muss man einfach manchmal laut sagen. An öffentlichen Plätzen mit sich selber zu reden, ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber es funktioniert. Es funktioniert, sich zu sagen, ich bin gut, ich schaff das, ich komm mit dieser Aufgabe selbstverständlich zurecht. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es einem ein besseres Selbstwertgefühl gibt, wenn man das tut. Laut muss es sein. Kümmert euch um euch. Wir kennen uns selbst am besten, wir wissen, was wir brauchen. Wir kennen die Herausforderungen, die müssen sie meistern. Und am einfachsten ist es, wenn man sich das einfach mal sagt, damit es jeder hört und später keiner sagen kann, ich hab von nichts gewusst. Sie sind unterwegs, Sie müssen einen Vortrag halten. Halten Sie diesen Vortrag laut, dass es jeder hören kann. Ich mach's mal kurz vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sehen Sie, ganz einfach. Wenn Sie es gut finden, dann könnte die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass doch alle anderen Sie gut finden. Sie müsste es nur probieren. Wir reden doch eigentlich immer mit uns. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Andere sind viel besser als ich. Schreiben Sie sich doch mal Ihre Gedanken auf. Und dann drehen Sie es doch um, ins Positive und sagen Sie es laut. Ich bin fit, ich hab Kondition. Ich bin kreativ, ich hab Fantasie. Ich werde Karriere machen. Ich schaff das. Ist überhaupt keine Frage. Selbstverständlich, warum denn auch nicht? Ach, das ist großartig. Es gehtiences. Ich werde korrig sagen. Hierarchiv. 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 Vielen Dank.